Das war immer eine große Bauspelle. Also kann ich bla 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 anzuholen. Ja, hast du einen dummen Ausgesichtsausdruck drauf? Das ist super. Ja, ist schon schön. Was sag ich, dieses Flink? Was sag ich, dieses Flink? Was sag ich, dieses Flink? Also so doof sich das jetzt anhört. Flink ist eine Vision. Flink ist ein großer Teil unseres Lebens. Flink ist spaßig. Jung, dynamisch, hüpp. Modern. Einfach. Kluge Köpfe. Agil. Spaß, nette Menschen. Innovativ. Social. Eine coole Truppe. Durchgeknallt. Unglaublich professionell. Und viel mehr Social. Ne? Ja. 20. Und total verrückt. Pünktlich um zwölf Mittagspause. Und jung. Ja. Ich kann noch mehr adaptieren. Spaß. Viele lustige Leute. Dynamisch und sehr sympathische Menschen. Das ist einfach Social Mobility Network. Die größte, also Flink hat sich eigentlich die ganze Zeit drüber verändert. Das Layout. Und wir haben eine neue Front. Ja, es verändert sich doch jeden Tag. Ich glaube, wir sind tatsächlich mit dem Punkt bewachsen. Das ist die größte Veränderung. Also das Büro auf jeden Fall nicht. Dass ich direkt sehe, was andere machen. Jetzt sind wir ja schon grün und blau geworden. Vielleicht wird es noch bunter. Viel einfacher zu bedienen. Wir haben Eierkocher im Büro. Das finde ich ist die größte Veränderung. Für mich ist es das Flink, was ich immer haben wollte. Rundum perfekt. Das ist so gut, da hält mir jetzt gar nichts an. Ja, klar. Das ist noch eine Sache. Das ist die Flinkbox. Da brauchst du erstmal eine halbe Stunde für, bis du alles aufgezählt hast, was Flink alles kann. Es stört mich an Flink. Die iPhone-Interviews. Dass man nicht alles auf einmal machen kann. Dass wir so, so, so viele Ideen haben und noch viel zu wenig Leute sind, um es tatsächlich durchzubringen alles. Und es geht halt nicht anders sofort. Wir müssen da irgendwie so geduldig sein. Dass noch nicht alle Menschen das benutzen. Dass die Tüter dann so weit vom Büro entfernt sind. Das ist schon was, was nervt. Wir trinken viel zu sehr mit Bier. Ja, das Essen, die Mensa. Das ist einfach. Die Mensa hat geschlossen. Dumme Frage. Ich habe mich eigentlich gefragt, warum ich nicht für Flink arbeiten sollte. Darauf finde ich keine Antwort. Ich weiß nicht, warum für Flink arbeiten. Ach, nee. Das wird mir nicht. Ja, wiederum stehe ich auch mal ein Trauriges drauf. Ach, schon. Weil wir die Mobilität verändern wollen. Ich habe Frau und Hund, ich brauche die Kohle. Ich bin gerufen worden. Weil Flink mir die Möglichkeit gibt, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, jeder von Flink könnte irgendwo anders sein in der Mobilität. Aber es macht ja einfach riesen Spaß zu arbeiten. Und in D-Burg, nicht in Berlin. Hinden? Ja. In D-Burg. Flink war auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich muss auch was sagen. Ich kann es auch was sagen. Ich muss die ganze Zeit in die Linze gucken. Flink, 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 Flink. Aber es wird gut. Du bist gut. Gut. Vielen Dank.